herzlich willkommen zu der part von let's fun heyday heute ein neuer let's fun part fast die sieben zwiebeln da reingetan da habe ich auch komplett eskaliert das werde ich mal machen hier mit diesen komischen und sind auch hier hat sich immer ein bisschen schweiden platz danke noch mal für die ganzen sachen im live stream ich habe so viel ich habe so keinen platz mehr jetzt ja und guck dir mal das schiff ein ist das nicht das eines der schlimmsten schiffe die man sich vorstellen kann also ich glaube ich habe ja im letzten stream schon mal irgendein schiff gehabt was mir gar nicht gefallen hat aber dieses schiff das ist ich weiß gar nicht ich kann es gar nicht worte fassen wie scheiße das ist es ist sogar doppelt scheiße es sogar scheißer als die gelbe scheiße noch mehr scheiße als die gelbe scheiße nicht scheißer gibt es gar ja also doch also weiß ich gar nicht das ist das next level scheiße also das geht ja mal gar nicht und das nächste schiff ist in ordnung das mache ich gerne das freut doch mein armes altes herz ok was machen wir jetzt auf 40 bäume könnte machen sind die 40 bäume schon fertig aber natürlich das ist doch schön wenn doch hier im derby endspurt ihr seht ich habe immer noch meine aufgabe vom live stream ja ich will nur noch mal sagen dass einige nicht bei mir in der liste sind waren fürs farmewerten ich habe nämlich farmewerten videos aufgenommen ihr müsst wirklich dann auch sicher sein dass ihr bei mir in der liste seid nämlich in der farmewerten liste nur kurz als info so und orangen endlich auch direkt mit weil die ups was war das aber man hat hier das schild in der hand wie ist das denn passiert gefährlich gefährlich hinterher schaue ich noch rosier oder ernest mit dem schild um dann liegen die erstmal da und den sternchen die kleinen bubis die kleinen kleinen bubis orangenbaum ok haben alle sehr schön oh sonnenblumen fertig schön ich habe jetzt zwei felder vergessen wie kann das denn ich vergesse in letzter zeit auch häufig felder ich weiß gar nicht warum ich weiß auch nicht ob hat er das einfach nicht checkt weil ich bin ich bin mir ziemlich sicher immer dass ich alles habe aber dann irgendwie doch nicht das ist sehr mysteriös aber wirklich mysteriös er schreibt ihn da schon in einer gemeinschaft alles ist ja unfassbar gucke gleich whatsapp whatsapp wir haben eine interne whatsapp gruppe hier am stüssel schweine noch füttern jetzt habe ich aber endlich mal wieder speck jetzt können wir jetzt meine tiere füttern und 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 das ist doch schön das ist doch schön und für alle die den stream verpasst haben ich habe eine gemeinschaft aufgemacht äh also wie hieß hier nochmal können wir mal suchen vielleicht gibt es mittlerweile noch eine äh leben ne habe ich die genannt ja genau das ist hier meine gemeinschaft ähm ich möchte hier bis Platz 1 äh bis zur Champions League kommen und äh nur mit beleben aufgaben ich bin mal gespannt das wird sehr lustig mein Akku ist leer ihr Akku ist immer leer der ist dauerleer der Akku weiß doch gar nicht was die damit macht ey die saucht den Akku wahrscheinlich innerlich auf ich hab Durst ich hab Durst erst mal Akku erst mal Durst auf Akku yummy noch einen Honigbus stellen wir da hin hier auch so so soo die Ergebnisse vom Turnier habe ich noch nicht die werde ich wahrscheinlich dann morgen hochladen ups das wird morgen erst zu Ende gegangen und ich bin jetzt arbeiten jetzt im Moment kaum vorstellbar aber jetzt im Moment bin ich am arbeiten nicht hier bei YouTube sondern äh woanders aber ihr kommt auch drauf an wann ihr das Video guckt wenn ihr das abends guckt dann bin ich natürlich nicht mehr am arbeiten aber ja ihr wisst wie ich das meine Feli ich kann den Namen nicht aussprechen hab ich im Stream schon Probleme gehabt Fisch-Pasteter hab ich glaube ich auch nur noch eine oder wie viel hab ich ich guck am besten so ne 3 hab ich davon hätte ich auch noch gehabt hab mir so viele Sachen gegeben ey dankeschön nochmal an alle die mir Sachen gegeben haben im Stream ich hab einfach so viel jetzt ich kann alles produzieren außer irgendwas was mit Sahne und Zucker zu tun hat das nicht aber ich kann einfach alles produzieren das ist mega geil obwohl selbst das anscheinend ok Fischfeli hab ich mir selber gegeben aber äh geholt besorgt ich weiß gar nicht wie man das sagt aber ja ich hab's auf jeden Fall selber geholt besorgt irgendwas ihr wisst schon machen wir mal Sandwiches kann ich jetzt auch machen ist das eh schön Tja Halskette oder ich hab auch jetzt so viel ich weiß gar nicht mehr wer den äh 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 Dings mir das ganze Juwelierzeug gegeben hat auf jeden Fall also falls erst noch wisst dann schreibt nochmal kurz drunter also das war da haben wir so viel Juweliersachen gegeben alle gehen sie ins Bett hier alle gehen sie ins Bett aber ich bin noch der einsame Kämpfer der hier weiterspielt oh Nagel so spiel ist eigentlich noch gar nicht dem können wir helfen bin immer noch unter 150 Popcorn weil ich unter 100 gehe dann brauche ich ein Beatmungsgerät Hilfe 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 so start wollen wir meine Derbyaufgabe auch nicht mal beenden damit ich Max Derby euch zeigen kann wir haben auch heute bzw. gestern so viele Erfahrungspunkte im Stream gemacht Niceness ich glaube ich bin noch beim Turnier auf jeden Fall Erster aber wenn wir morgen sehen dann komm morgen der Rückblick und das Turnier Video und ist eigentlich auch AFK ich bin gerade gar nicht sicher ich habe es hochgeladen aber ich weiß nicht mal genau wann so egal werdet ihr da sehen einfach die Glocke aktivieren also mich abonnieren dann die Glocke aktivieren dann kriegt ihr alles mit was ihr wissen oder was ihr mitkriegen müsst eigentlich brauche ich gar keine Pensionsleute mehr holen so richtig aber ich mache jetzt einfach egal was man hat das hat man ist ich Jakob stell das mal vorne rein ich habe eh keinen Inserat drin von daher dürfte es eigentlich auch nicht geklaut werden Pension 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 ist voll und jetzt seht ihr das ich habe noch richtig viele Leute da rumsitzen und schreibt Marika ich bin da ich habe ich wohl die Stadt bevor Marika schreibt ich bin da ich glaube nicht oder aber wir werden sehen jetzt oh jetzt habe ich mich noch nicht mal getroffen ey scheiße ein bleib stehen Strandcafé Strandcafé Seams Middle Sonnierladen Imbiss packen wir den ins Kino und Kurbat sehr schön sehr schön wenn ich dann mal das Fischfilter habe dann gebe ich denen das auch mal bin ich nicht nett zu denen ja ich weiß ups ich habe keine Kürbissuppe du alter Mann hab ich nicht hab ich nicht nein hab ich auch nicht wir wollen jetzt Olivenöl oh ha das ist auch noch zwei ist ja doppelt so schlimm wie ein Olivenöl ich hätte immer noch zehn Plätze frei in der Stadt Mann wir sind nur neunter ey mal guck dir das mal an ey wie Punkte die haben und wir hatten der erste also denn 127.000 ey das ist heftig ich lass ich mal stehen die Bergbauaufgabe vielleicht ich will noch irgendwann machen will sie nicht ich hab's mal geschafft so boah wie viele Maxderby gemacht haben ne bin mal in der zweiten gespannt ok der Zocker der Zocker und Leo müssten eigentlich Derby noch schaffen also Leo braucht noch mal 1,2 sind ja vier Aufgaben und der Zocker braucht noch zwei Aufgaben das ist eigentlich machbar ah jetzt kommt sie jetzt kommt sie zack Marika also jetzt ohne falls Marika das sieht ohne jetzt Angriff auf dich aber Marika war mal richtig langsam da drin er hat dann mal geschrieben ich bin da dann war sie gar nicht da boah dann wurden manchmal die Sachen geklaut das war manchmal richtig schlimm das war aber nur bei Marika also ich weiß nicht genau warum aber es war echt manchmal richtig schlimm äh der Sachen zu geben hat Cisanya auch schon mal drüber aufgeregt aber sie hat sich gebessert sie ist jetzt immer schnell da und so und man geht doch immer alles aber es war mal schlimmer muss man immer schreiben war es zu langsam aber mittlerweile ist ja alles gut bitteschön eigentlich brauche ich kein Futter ich habe so viel Futter aber ich produziere trotzdem kann man man kann sie immer noch verkaufen kriegt man wenig Geld dafür immerhin der Baumwolle ist gleich fertig ähm die Büsche sind zum beleben die Büsche hm die haben wir jetzt auch alle gemacht so geil ich auch bin halt spendabel merkt ihr merkt ihr das spendest schon wieder alles voll und wenn wir noch zwei fliegen oder ne eine fliegt 25 ja im Moment so 2-3 inaktiv in der Gm aber auch schon wieder Baumwolle aber die mache ich trotzdem nicht wegen Kissen Kissen äh verwahr ich mir mal für schlimme Zeiten und dann meine Ananaskuchen da 52 habe ich ich finde das sieht richtig geil aus mega mega cool ach Sushi können wir auch mal machen stimmt ich habe meistens nie Reis deswegen mache ich hier nie was aber im Moment habe ich Reis muss ich auch direkt damit anpflanzen ich glaube wenn Baumwolle fertig ist dann pflanze ich nochmal Reis an 37 Minuten haben wir so ok ja sollte passen finde es immer wichtig dass man genug Reis hat ich gucke jetzt bei Sarah was ich die brauche Lade ich werde nur bei den Schiffen helfen ne ne Entenfehler gebe ich nicht die brauche ich die brauche ich ey die brauche ich Niklas Koch was ist ein richtiger Name jetzt habe ich noch nicht mal Baumwolle dafür pflanzt man einmal Baumwolle an braucht man für jeden Scheiß Baumwolle ist das nicht schlimm Farmi ach komm mach mal voll dann sind wir nicht so knickrig knickerig kommen wir auch voll so ein Spender wir haben heute ich habe meinen äh meinen Gärtnertag meinen grünen Tag ok das gebe ich aber nicht ich glaube ich habe auch nur noch 10 oder so was heißt nur noch also eigentlich mache ich ja sowieso meistens nur Sahne nochmal na gut zieht sie mir alle aus dem Leder ja na meiste Hyrule 35 verstehe ich nicht ganz war ich schon bei Jonas ne gibt XP und Schisspunkte das ist ganz gut machen wir auch voll gibt es auch euch spendabel ich habe bestimmt zu viele äh Gutscheine das geht schon ab ey habe ich nicht VSK warte mal 36 achta Green Farm habe ich auch ja normal habe ich die nicht ich brauche die noch zum produzieren die Ziegenkäses das ist der Plural von Ziegenkäse 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 1 Ziegenkäse 2 Ziegenkäse hört sich falsch an wahrscheinlich 1 Ziegenkäse viele Ziegenkäse egal Ziegenkäse hört sich auch cool an Malte Rosi oh Rosi du bist so Rosi Unter Bär Bär Bauer Noah den kenne ich habe ich aber nicht hallo hallo zurück ne aber wenn ich davon so viele habe ich brauche die weißen Zuckers ist wahrscheinlich auch nicht der Plural davon egal bei mir lernt man nur Hades spielen und kein Deutsch ich habe immer noch keine Brote ich muss in Serat rein machen Jonas das habe ich dir auch schon im Stream gesagt immer in Serat rein machen das hilft dir keiner und der Kefko zum Schluss Kefko komm schon leider nix ok Leute das war es schon für das Video ich muss ja auf Baumwolle warten ich kann hier noch füllen die Viecher ich bin nett zu den Hühner ich bin immer nett zu denen ja bedanke mich fürs Zusehen ich hoffe es hat euch gefallen wir sehen uns beim nächsten Mal wieder ähm bei Part müsste 250 sein ne nächste nächste Part müsste 250 sein oder ja beim Part 250 sehen wir uns wieder ja Leute Part 250 das war ein Grund zu feiern oder wollen wir mal gucken was im nächsten Part so ansteht ok ja wie gesagt ich bedanke mich fürs Zusehen ich hoffe es euch gefallen wünsche euch einen schönen Tag haut rein und tschaui 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 tschaui